Yo meine Kartoffelfreunde und willkommen zur nächsten Folge von Bloody Cave. Ich bin heute wieder allein unterwegs, weil Mentor wieder nicht konnte und ja ich bin glücklicherweise allein auf dem Server. Okay, warum ich auch immer das gemacht habe. Aber wir können gleich für das Shieldspulver uns erstmal einen Emerald holen. Ich finde es nur ein bisschen kacke, dass ich, nicht dass ich, aber weil ich ohne den Mentor nicht so viel schaffe, alleine. Das ist ein kleines Problem. Das ist auch extrem nervig. Das macht das Kind. Danke. So, dann kann ich dich töten und braden. 1, 2, 3. So, dann holen wir für die Kohle auch gleich noch eine. Einen Emerald mit. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich für Dingens brauchte für einen Diamanten. 20 und ich brauch zwei Diamanten. Oh, ich brauche ja noch 26. 26 Emeralds. Scheiße, das ist voll viel. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles allein schaffen soll. So, ich warte jetzt hier auf meine 2,5 Sticks und dann, warte, werde ich das hier noch los. Das hier werden wir noch los. Die Sticks, das brauche ich nicht. Ähm, Jo, das kann auch weg. Warte, wir könnten davon noch Redstone machen. Zack. Redstone, Redstone, Redstone. Ach ne, ist ja gleich am Anfang gewesen. So, dann haben wir wieder ein bisschen Redstone. Ähm, Flint kann eigentlich weg. Das würde ich auch noch behalten. Ah, das kann ich... Näääh. Geh kaputt. Okay. Geht das jetzt auch... Ah, gut. So. Wir können das auch weg, die können auch weg. Die können weg, das kann weg. Näääh. Noö, das kann weg. Ne, die brauche ich noch. So, das kann auch noch dahin. Und ich würde mal sagen, auf geht's, ne! Also der Border ... ist aber jetzt nicht enger ... geworden. Das heißt unser Weg ist eigentlich immer noch ... machbar. Ich weiß gar nicht, ob das hier der richtige Weg, bei dem wir gegangen sind. Ich glaube... Ne, hä? Ich glaube nicht. Weiß nicht, sind wir letztes Mal dem Weg gegangen? Ich bin mir nicht sicher und ich muss mich angewöhnen, mir angewöhnen, dazu zu bauen. Doch, wir sind dem Weg gegangen. Aber da können wir jetzt nicht mehr... leider nicht mehr lang. Okay, gut. So, bauen wir uns mal hier durch. Mal gucken, ob wir da... Also das wüsste eigentlich Richtung Mitte sein und da müssten wir eigentlich auf irgendwas stoßen. Okay, jetzt ist hier endlich kaputt und zack, 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 zack. Irgendwo hier war eine Höhle. Irgendwo hier, irgendwo hier. Oh, Eisen brauchen wir nicht. Ich brauch doch nur ein... Oh, hier ist der nächste Clay. Da muss ich als nächstes hin, bevor ich heute die Aufnahme beende. Oh, fuck. Stimmt, ich muss ja noch umziehen mit der Base. Okay, gut. Hier ist weit und breit keine Höhle irgendwie. Dann mache ich das anders. Dann baue ich mich mal hier lang. Oder ist das hier auch Clay? Oh, ja. Stimmt. Dann ist das hier der nächste. Gut, dann habe ich mich vertan. Dann muss ich mit der Base... Oh, warte. Ah, ich bin aber auch ein Vollidiot. Jetzt hier lang. Steak essen. So. Hier, 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 hier. Zack, zack, zack. Und dann müssen wir irgendwo hier an den Rand kommen. Und von da aus baue ich mich dann zu unserer Base. Und dann ziehen wir da alles um, würde ich mal sagen. So. Hier müsste die irgendwo... Da. Gut. Jetzt können wir hier zu dem Gang gehen. Zack, zack. Oh, ich war gar nicht am Rand. Fällt mir grad mal auf. Okay. So gut, dann müssen wir auf jeden Fall... Dann baue ich hier schon mal so einen Raum. Damit ich gleich keine Schwierigkeiten habe. Drei, vier, fünf, sechs... Ihr müsst mir bitte mal in die Kommentare schreiben, wer von euch auch immer so blöd ist. Und die Blöcke zählt, während er sie abbaut. Weil ich zähle immer die Blöcke mit, wenn ich sie abbaue. Ich komme mir damit manchmal ein bisschen dumm vor. Ich glaube, damit bin ich nicht allein. Wenn ich... Könnte sein, ne? So. Zack, 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 zack. Ich find's schade, dass ich heute wieder allein aufnehmen muss, weil Mentor das nicht geschafft hat. Aber naja. Oh, wir haben sogar Eisen hier. Wow. Brauchen wir ja auch. Wir haben ja auch nicht genug, ne? Obwohl, ich könnte mir mal ne neue Rüstung machen, auf jeden Fall. Wenn man da irgendwann auch den Geist aufgibt, so. Ähm, zack, zack. Du bist fertig, du bist fertig, du bist fertig. Du bist fertig? Ach ne. So, dann... Kommt mal her. Ich glaube, ich mach den Gang mal wieder ein bisschen breiter, dann funktioniert das auch wieder besser. Zack, 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 zack. Ähm... So, dann kann ich hier... Kommt! 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 Ihr wollt hier rein... Nein! Ich lass euch sogar... Kein Licht ab. So, so. Dann nehmen wir... ...die ganzen Sachen hier mit. Ich glaube, ich mach mal ne größere Farm, wo ich die meisten... ...unsere Seeds unterbringen kann. Den kann ich noch... Den kann ich nicht gebrauchen. Der kann weg. So, so, so. Dann machen wir das so. Und hier bastel ich einmal Wasser hin. Was relativ unnötig war, aber... Warte, ich glaube, ich mach das anders. Dann machen wir das so. So. Okay, da Wasser hin. Ich glaube, das geht immer 3 in 3 in jede Richtung. Dann können hier auch nochmal 1, 2, 3. So. Achja, ich brauch jetzt mal den Wassereimer. Höhöhöhöh. So, dann haben wir... ... hier einmal und hier einmal. Oh, äh... Moment. Weg damit. Und hier. Zack. Und... Zack. Und... ...zu. Und hier. Und hier. Das kann wieder auf. Das kann wieder auf. Und dann können wir jetzt hier... Äh, nein, ich bin... Baaah! Egal, wir machen das einfach so und so. Das muss schon gehen. Aber trotzdem hätte ich die Wasser einmal gerne wieder voll. So. Die Erde hier nehme ich dann auch mal mit. Weil wir mittlerweile nicht mehr so viel haben. Und das wäre kacke, wenn wir... ... dann... ... keine Erde mehr haben, um ein Feld anzupflanzen. So. Es ist immer so ein bisschen zeitaufwendig, dass ich hier alleine die ganze Base umziehen muss. Aber... ... da müssen wir jetzt durch. Ich hab nur dreisen... ...drei... ...dreisen? Dreisen! Dreizehn Dreck. Nein, gar nicht. Wir haben 21. So. Dann haben wir einmal... Zack, 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 zack. Zack, zack. Oh, wir haben noch 20 Minuten. Das kommt sogar hin. So. Ähm. Nein. Shit. Muscle hat... Muscle is no brain. Muscle is no brain. Da, da und da. Hier. Und... Hier. Da. Jetzt können wir die wieder auffüllen. Und da. Acht Stück haben wir noch. Gut. Dann machen wir hier noch die restlichen hin. Und da und da. Dann müsste das auch passen. Ja. Passt sogar. So. Dann machen wir das so, dass ich jetzt die Truhe hier abbaue. Ja, ich weiß. Da füllt alles raus. Zack, 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 zack. Ich hab die Truhe nicht aufgesammelt. Ein guter Mann. Ähm. Mhm. 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 Da haben wir die Truhe. Oh Mann, das ist so anstrengend allein, weil man nicht so viel Platz im Inventar hat. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Also... So. Und den Rest nehmen wir jetzt auch noch mit. Die Box nehmen wir auch noch mit, weil wir nicht so viel Holz haben. Hier ist Dreck. Und hier kommt erstmal zu. Ähm. So. Die brauche ich, die brauche ich, die brauche ich, die brauche ich. Ähm. Das, das, das kann alles weg. Obwohl, den Bogen können wir in einen machen. Zack. Den kann man ja reparieren. Ja, ich weiß, wie man Sachen repariert. Das klingt komisch. Kann ich aber. Dann machen wir uns noch einen zweiten Ofen. Okay, einen zweiten Ofen. So. Dann brauchen wir hier, dann können wir das Eisen hier nehmen und da reinpacken. Und daraus können wir schon wieder richtig viel... Dingens machen. Ähm. Das könnte ich hier brauchen. Oh ja, genau. Die Schlampe brauchen wir und die Seeds brauchen wir. Und fackel hier, fackel da, fackel da, fackel da. Sorry, dass es gerade geruckelt hat. Ich weiß nicht, woran das lag. Zack, 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 zack. Wenn ich jetzt einen Dreck noch habe, ja, dann habe ich ihn. Cool. Ähm. Ja, Marcel läuft bei dir. Ähm. Zack. Zack. Ach ja, es ist eine normale. Zack. Gut. So. Und datatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat würde ich sagen, bauen wir mal hier ein paar von den verschiedenen Steinen hin, damit hier keiner darauf kommt, dass wir hier sind. Daher kann man davon auch noch was, zack, 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 und dann können wir das hier zumachen und schon sind wir safe obwohl. Ja Marcel, genau. Das kommt zu und das kommt zu und die Fackel kommt da hin. So meine Damen und Herren, dann hätten wir das auch gelöst, das Problem. Ich meine das erstmal so, so, so und ich würde sagen, ich baue mich, hier können wir mehr Platz machen und wie geht's euch da drin so? Hihihihi. Anscheinend sehr gut. Gut. Obwohl, ich lasse euch wirklich mal ein bisschen zack, so. Und in die Richtung, in die Mitte bauen müssen wir uns hier ran. Dann machen wir das so und dann mache ich hier einen Weg. Hier muss irgendwo eine Höhle in der Nähe sein, hoffe ich zumindest. Weil sonst haben wir, naja, ich würde gerne einfach mal eine andere Basis finden, um die dann zu looten, damit wir hier auch mal ein bisschen, oder ich ein bisschen schneller Emeralds kriege. Aber ich bin der Meinung, das werde ich irgendwie in diesem Leben nicht mehr schaffen. Ich baue mich hier jetzt einfach mal am Rand lang und hoffe so auf eine andere Base zu treffen. Kohle ist immer gut. Kohle ist beste. Kohle, Cholera, Cholera. Habe ich heute bei der Arbeit erstmal gehabt. In der Schulung über Cholera und und die ganzen komischen anderen Durchfallerkrankungen. Hm, ja, Durchfallerkrankungen. Für alle, die es nicht wissen, ich arbeite als Aufshilfe in einer Bäckerei. In einer Bäckerei. Und warum war hier, warum ist hier Dreck? Hier die Linie hätte eigentlich durchgängig sein müssen. Dann müsste hier doch ein Gang sein, oder? Das verwirrt mich gerade, weil normalerweise ist das Ding auch immer durchgängig. War zumindest bei mir bis jetzt. Also, ich habe es noch nicht einmal, nee, habe ich echt nicht erlebt, wo das Ding nicht durchgängig war. Egal, ich gehe jetzt bis ans andere Ende und sonst renne ich zurück. Ich mache zwar nicht, nein, ich mache nicht damit aufmerksam auf mich tun. Nein, nein, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Und ich müsste die erste Aufnahme auch jetzt beenden. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Wieder forever alone. Bis gleich.